einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum heutigen webinar futures handeln mit dem steel trader natürlich mit heiko behrend und ich freue mich dass ihr heute live dabei sind mein name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße den namen von FX Flat bevor ich jetzt an den heiko übergebe müssen wir natürlich wie immer kurz den risikohinweis besprechen denn auch dieses webinar dient nur zu schulungs- und informationszwecken sie müssen ihre eigenen entscheidungen treffen und bitte den inhalt entsprechend nicht als handelsempfehlung verstehen ja das ist ganz wichtig und deswegen schalte ich jetzt auch zu heiko rüber und wir hoffen alle drücken die daumen dass die internet leitung hält und ich wünsche viel spaß und viel erfolg danke danke so dann herzlich willkommen auch von meiner seite ausbildungstechnisch habe ich jetzt nicht grob groß was vorbereitet ich denke mal vieles ergibt sich auch im webinar das heißt ihr habt die möglichkeit auch gerne aktiv die chat funktion zu nutzen und mir fragen zu stellen wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr auch sagt okay ich komme mit diesem oder jenen fakt nicht klar ich habe da ein problem beim vor allem auch beim kurzfristigen trading was wie würdest du das lösen oder welche hinweise hättest du da für mich also da nutzt die gelegenheit wie gesagt da aktiv am webinar mitzugestalten und ja wir werden dann uns entsprechend mal auch die märkte zu gemüte führen und morgen ist ja dann beginnt ja die word of trading fx flat ist ja auch mit einem mit allen bekannten referenten auch vertreten und ja ich bin auch mit dabei und bei mir gibt es auch noch mal bisschen was zum thema future trading und wie man das ganze halt handeln kann genau und ein einblick auch dazu wie man es dann wirklich live am chart man kann sofern sich der markt das heute ergibt werden wir dann hier auch oder werde ich dann heute auch am markt zeigen und mal gucken ob es da den ein oder anderen live trade auch gibt und ja zum einen geht es darum wie man dann am ende die futures handeln kann wo auch der vorn der nachteil von futures halt liegt und das werden wir uns dann hier dann wenn dann der markt dann losgeht da live anschauen ich würde mal rein gehen in das thema der aktuellen marktphase einfach versuchen das noch mal so ein bisschen für euch zu erklären und vor allem auch das was man jetzt sieht ich glaube der ein oder andere auch wenn ich jetzt hier den dax mal aufmache wenn ich jetzt hier den dax aufmache und man sieht dann den heutigen tag hier ja oder die letzten beiden dass der heutige tag ja alleine machen wir hier mal fünf minuten schaden so und man sieht jetzt die letzten beiden tage wie der markt hier rumgeeiert ist also vorwiegend ja extrem stark überlappende kerzen hier extrem stark überlappende kerzen ja also so enge ranges und heute setzt sich das ganze weiter fort und für den ein oder anderen scheint diese marktphase vielleicht sogar außergewöhnlich zu sein oder ungewöhnlich also frage einfach an euch wie findet ihr das gerade eher schrecklich oder okay also ich glaube die meisten zumindestens wenn man auch im kurzfristigen bereich handelt eher schrecklich das ist aber auch gar nicht so genau nervig genau ja das problem oder oder das interessante ist für mich ist das jetzt nichts außergewöhnliches und ich habe mich durchaus schon darauf eingestellt dass ich nach dem montag wenn gewisses sachen passieren wahrscheinlich den dienstag und den mittwoch so gut wie gar nicht handeln aus dem einfachen grund weil das was jetzt passiert eigentlich immer also nicht immer passiert aber sehr oft passiert also man muss immer sagen wenn ich sage das passiert dann sollte man immer wissen dass das immer so eine wahrscheinlichkeit von 70 prozent hat ganz grob ja es gibt natürlich auch news wo der markt so läuft also wir bekommen die news dann geht es meistens danach seitwärts und dann kann sein dass es dann halt den nächsten tag weitergeht und noch einen tag weitergeht dann sieht man so drei vier tage wo es wo vollgas der markt in eine richtung geht thema corona crash ja da geht es nach drei tage in der in dem fall wäre es dann halt abwärts gewesen einfach vollgas durch und die vola hält dann über drei vier fünf tage oder mehrere wochen sogar dann gibt es halt news noch die wo der markt hat ich mache es jetzt mal ohne mit ansteigen wo der markt hat ansteigt dann kommen nach den news merkt man okay wenn sozusagen der fakt worauf man hin gehandelt hat dann raus ist also das heißt normalerweise gibt es dieses motto bei der rumors zählt effekt das heißt also die gerüchte werden gekauft und dann danach wenn es dann passiert ist dann gibt es einen abverkauf und dann kann es halt sein dass das ganze ding wieder komplett auf links gedreht wird und dann geht der markt halt so runter und bei diesen news ist es halt so für mich dass dieser corona impfstoff hätte auch man hat es ja im nestek gesehen da war es eher schon so dass er dieser gesamte anstieg abverkauft wurde und auch s&p wurde das ja sehr sehr deutlich abverkauft dieser anstieg von diesen corona news nur der dax hält sich auch wirklich auf echt hohem niveau und was jetzt hier stattfindet sind auf ganz breiter front nachdem der markt das a nicht abverkauft hat und b und b dass der markt einfach jetzt auch nicht massiv weiter gestiegen ist zeigt dass wir jetzt in einem feld sind wo umschichtung stattfinden also dieses was wir jetzt hier haben das ist ein typisches spielfeld der akteure die umschichten sei es raus aus also es gibt oder oder bei dem umschichtungsprozess findet sozusagen dahinter liegend in den aktien entsprechend halt statt dass halt gewisse aktien werden gekauft andere aktien werden verkauft da die gewinner der letzten wochen werden zu den verlierern und die verlierer der letzten wochen werden jetzt zu den gewinnern und das führt halt dazu wenn man her geht und sagt wie würdet ihr denn gerne handeln wenn ich das jemanden frage dann sagt er immer von einer long position aus ich möchte so günstig wie möglich kaufen und so teuer wie möglich verkaufen derjenige der short ist der möchte so hoch wie möglich verkaufen und so günstig wie möglich kaufen beides male der der gleiche ausdruck heißt aber prinzipiell dass man unten kauft und oben verkauft was natürlich oben und unten ist ist immer die frage des augenblicks prinzipiell passiert jetzt folgendes dass wir dass wir einen trader haben auch eine einzelaktie als beispiel ich zeichne es einfach mal ein eine einzelaktie die jetzt verkauft wird aufgrund der news als beispiel die deutsche post die deutsche die deutsche post wurde stark abverkauft nach diesen news warum impfstoff heißt weniger leute zu hause heißt weniger online handel heißt weniger päckchen so das ist sozusagen diese argumentations kette die da wahrscheinlich zutrifft also fällt wird die deutsche post hoch wie möglich verkauft da hingegen sagt man sich okay corona ist vorbei lufthansa kann wieder fliegen also was passiert solche werte steigen so und wenn ich das jetzt sehe was bleibt am ende im dax denn konsequenter weise übrig wenn man das jetzt mal gleichgewichten würde im dax wird er halt übrig bleiben dass der markt hat hier irgendwie seitwärts geht ja was macht der markt aktuell er geht seitwärts und das sind halt intern oder dahinter liegend ja hinter dem dax index liegen ja nun mal die 30 dax werte und dann haben wir einmal diese seite also die aktien seite wo umschichtungen stattfinden dann finden umschichtungen statt zum beispiel aktie wird es das anleihe dann finden vielleicht auch umschichtungen statt dax und euro dollar und da da jeder eigentlich was zu tun hat und jeder versucht sein business grad zu machen und auf beiden seiten wir jeweils akteure haben kommt es genau zu dieser marktphase und jetzt bedarf es halt ein ganz neues event oder neue akteure oder vor allem akteure die sozusagen spekulativ auf der verkehrten seite stehen damit der markt sich wieder aus dieser ganzen situation befreien kann und das kann aber durchaus jetzt noch paar tage anhalten also es kann jederzeit immer zu ende sein ganz klar aber unter umständen eiert der markt jetzt noch paar tage weiter das interessante hier für den ausblick ist auch da kommen wir wieder zu zwei interpretations möglichkeiten das was der markt hier bastelt kann unter umständen das sprungbrett schlechthin werden also das heißt ich zeichne es mal ein bisschen dicker ja wir gehen jetzt hier hoch und der markt hätte ich ja hier die ganze zeit hier oben das ist jetzt der vorbörsliche handel und jetzt auch hier die ganze zeit hier oben so und am ende entscheidend wird sein wie macht der markt was also meine ganz große worauf ich ja immer wert lege ist auf dieses w dmw wm dmw wie macht der markt was natürlich das kann auf der einen seite und da hoffen natürlich die short trader drauf und das ist das was jetzt in den nächsten tagen oder vielleicht auch jetzt gerade schon läuft in gang kommen wir haben die short trader die dieses hoch verkaufen das heißt die wollen natürlich dass der markt hier runter geht dagegen haben wir die long trader die wollen gerne dass der markt hier raus geht für mich ist für mich immer die frage wo ist der größte schmerz für mich ist der größte schmerz was viele immer noch nicht vielleicht oder viele short ist ich glaube dass viele immer noch short handeln weil sie sagen gut jetzt ist zwar der impfstoff draußen aber ob der so ob das alles so kommt und vielleicht noch eine neger auf eine negative news setzen dass das vielleicht alles nicht so kommt also dass man sich halt am ende weiter absichert und genau das könnte für mich der grund sein dass man irgendwie das gefühl hat der markt ist ja noch nicht frei klar gibt es einen impfstoff und aber trotzdem die schäden die daraus entstanden sind sind größer und deswegen gibt es das gefühl dass viele leute nicht positiv sind und natürlich mit einer negativen meinung eher auf fallende große setzen und das kann dann genau dieses sprungbrett bedeuten dass der markt hat hier das vielleicht nimmt und den schmerz auf der oberseite vollzieht und der markt steigt dann weiter nach oben ich sage auf gar keinen fall dass das passieren muss für mich ist dann nur wichtig wenn der markt diese range verlässt was passiert danach also sehen wir dann wirklich dann nochmal kontinuität in der bewegung und auf der anderen seite wenn es runter geht gibt es auch eine super erklärung dafür ja dass man sagt okay hier gewinn mit namen und die die alle hier oben long gegangen sind müssen ja irgendwann raus ziehen ihre stops und dann geht es halt tendenziell wieder runter und spätestens wenn der markt dann halt gewisse levels erreicht kann es dann passieren dass dieser gesamte news anstieg also dass dieser gesamte news anstieg hier früher oder später dann auch komplett korrigiert wird wie das ja am nestek schon als beispiel passiert ist der ja relativ schwach ist klar jetzt habe ich wieder gesagt der markt kann steig unterfallen aber in der konsequenz ist es auch so dass es passieren kann und wichtig wird es werden wie macht der markt was also genauso wie ich jeden morgen auch in der stereo trader gruppe das online stelle wir haben entsprechende szenarien und ich muss nur schauen welches der beiden szenarien könnte laufen und ich weiß dass diese umschichtungsprozesse durchaus mehr bis zu einer woche passieren also dauern können und dann danach irgendwann gibt es auch innerhalb dieser umschichtungsprozesse schmerzen die so groß sind dass daraus dann wieder richtig gute bewegungen entstehen aber aktuell ist es halt wirklich so dass auf beiden seiten einfach entsprechend money da ist so dass der markt nicht sich von a nach b deutlich bewegen kann und man sieht das vor allem in dem flackern dieser kerzen das heißt wenn wir hier auf einen minuten chart gehen in dem wie der markt das sich so hin und her bewegt ja und ihr seht ihr ja den future dahinter ja und da ist es dann halt wirklich so wenn man wenn man irgendwann mal so ein gefühl dafür hat wie der markt das dann macht ist es so dass der markt hat was ich man kann sich das echt so vorstellen wir haben jetzt jemanden der sagt okay ich möchte jetzt erkaufen er kauft hier 50 kontrakte das reicht aus um den markt schon so zu bewegen da oben denkt sich wieder einer alles klar ich verkaufe 50 kontrakte und dann fällt der markt wieder ja weil wir haben den ein der dran drauf setzt dass der markt höher geht und wir haben den anderen der drauf setzt dass der markt fällt ja zum beispiel der anleihenmarkt der fällt deswegen werden die aktien gekauft der für dem der markt halt zu hoch ist weil es viel zu stark gestiegen ist ja der verkauft den dax und wie gesagt die anleihehändler die verkaufen den bund kaufen den dax die den spread hat handeln ja und so findet die umschichtung statt und deswegen haben wir beide seiten und wichtig ist eigentlich ich sage immer zu meinen coaching teilnehmern die diese phasen schon kennen auch zu wissen wann die phasen kommen wie sie aussehen und c vor allem zu sagen okay in diesem markt habe ich nicht habe ich keinen vorteil also es kann auch sein dass ich heute gar kein trade mache weil ich sehe dass der markt ja mir nicht gesonnen ist und dauernd die richtung ändert weil ich einfach das problem habe oder ich habe hier keinen vorteil oder eher probleme warum weil immer wenn das knöpfchen jemand drückt dann geht der markt in die eine oder andere richtung ganz gutes beispiel ist ja hier drückt jemand das knöpfchen für long der mark geht halt hoch danach drückt jemand das knöpfchen für fallende kurser der markt fährt runter danach drückt jemand wieder das knöpfchen für kaufende kurser und der markt geht relativ easy er von a nach b weil halt hier im buch also in dem level 2 was hier ganz rechts ist relativ wenig steht ja aber trotzdem ist es halt immer nur so dass der markt hat hier in einer 50 punkte range oder was das hier sind ja 30 punkte heute einfach hin und her eiert genau und der ein oder andere spekulative trader wird hier mit drin sein und seine punkte machen war aber wenn man in so einer phase ist muss man eigentlich fast immer anders denken als als bisher also man muss eigentlich seine normale denkweise um umdrehen ja und und das ist halt wirklich auch schwer zum beispiel hier vorne und da und da muss da muss ich auch ich mich wirklich massiv auf die finger setzen dass ich da nicht drauf reinfalle weil es gibt halt gewisse bewegungen einem am markt die einen immer dazu verleiten zu klicken und hier fällt mir ganz klar auf auch wenn ich den markt jetzt gerade eben jetzt zum ersten mal anschaue wo ich jetzt wegen der präsentation das dazu hatte aber nur als beispiel da wüsste ich da müsste ich mich so drauf setzen ich weiß wie die phase ist gerade und was ist das gefährlichste dass man hier diesen breakout handelt und denkt dass jetzt kommt der run jetzt geht's los ich weiß nicht ob ihr auch so empfindet oder empfunden habt falls ihr heute gehandelt habt ja wir sehen hier den ausbruch und dann denkt man sich alles klar ein bisschen zurück oder hier noch mal zurück auf die range und dann halt gib ihm und jetzt ausbruch breakout aus dem inside day wir steigen über die 13.239 unendlich hoch keine ahnung ja weiter geht's so ja und wenn diese denkeheit aufkommt dann sieht man dass man egal wo man den stop hingesetzt hätte man muss halt bis nach unten in aushalten entweder wird man hier auf dem weg nach unten irgendwo ausgestoppt und das gleiche hat der markt auch noch mal hier gemacht über dieses lokale hoch und auch über dieses lokale hoch ja auch hier noch mal ganz knapp neues tages hoch gemacht und wenn man auch hier denkt man will oben den ausbruch handeln auf die finger setzen also wenn der ausbruch kommt einer dieser ganzen ausbrüche wird gehen aber es ist wahrscheinlich dass man eher in dem fehlausbruch dabei ist ja und deswegen an der stelle versucht wirklich oder lasst lieber diesen einen ausbruch der dann durchläuft dann eher laufen im ansatz und versucht es danach als den dann direkt zu erwischen und das sechs sieben mal vielleicht in folge ausgestoppt zu werden weil das ding sich noch zwei tage braucht bis der den echten ausbruch macht wer auf die ausbrüche scharf ist der sollte vor allem überlegen unten das volumen anzuschalten damit man sieht okay in diesem ausbruch ist volumen und danach hält das volumen an also man braucht wir brauchen halt eine meinung von akteuren die halt mehr handeln als am markt verfügbar ist und damit auch entsprechend das ganze halt durch die durch die decke drücken und eine richtige eine richtige bewegung machen genau also in so einer phase die schreibt gerade martin lieber unten auf dem wie überhaupt einsteigen das wäre zum beispiel eine möglichkeit wenn man jetzt dem wie überhaupt nimmt na also die um den habe ich jetzt hier gar nicht an müsste ich mir erst mal reinziehen das tue vom ohr kann der ist ja auch der war gestern dran oder der hatte auch internetprobleme der ohr kann ja so wie ich es kann ja so jetzt bin na so hier will er nicht die karton wie pok ist war drin aber nichts da gut okay ja gut also ich weiß aber der wie park liegt irgendwo hier unten ja das hat auch eine möglichkeit wie man hier einsteigen kann oder ich bin mal guck mal schadet noch mal und das sind naja das ist mir so ich wollte jetzt sowieso mal hier aus naja ich will eigentlich gar nicht den fdx handeln nicht das hier ich habe nämlich vorhin ein trade aus versehen ein trade gemacht als ich erkennt ihr das wenn man hier oben diesen kleinen nippel hier rüber schiebt ja und plötzlich hat man eine position drin ist mir vorhin passiert hat zwar ein punkt plus gemacht aber erschrickt man jedes mal okay also der bwop da ist der eine trade bei dem also bei bwop ein also es geht ja immer darum die frage ist ja in der range also wenn man jetzt sich hier in der range hat handelt prinzipiell sollte man es genau so handeln dass man der bwop kann ein möglicher grund sein value area low kann grund sein heute haben wir ja eine ausgedehnte range prinzipiell sollte man in der range immer wie folgt handeln und long und oben die shorts das funktioniert halt so lange bis wohin bis der markt hat wirklich definitiv ausbricht na so und von daher aber trotzdem irgendwann eines tages wird es ja so passieren dass der markt ausbricht ausbricht und weiterläuft das wird ja eines tages passieren ja so aber besser ist es dann halt lieber hier unten den long zu suchen der markt rennt hoch zu darauf zu setzen okay na bricht er jetzt aus will er nicht will er nicht und im schlimmsten fall geht man halt hier genau am tief raus wird man vielleicht ausgestoppt aber man hat nichts verloren falls der markt dann doch nach unten ausbricht oder man man stellt halt oben im widerstandsbereich entsprechend glatt und hat aber die option dass wenn es halt rausgeht der markt halt ein nach oben mitnimmt ja das ist deswegen also rein vom ansatz her in a range und long oben short bis zu dem tage bis es ausbricht oder nachher vielleicht gleich wir wissen es ja nicht aber trotzdem würde ich in der phase es vermeiden den ausbruch zu handeln und versuchen auf eine bewegung zu setzen man kann den ausbruch klicken ich meine wenn man jetzt hier den ausbruch klickt mein der markt ist ja trotzdem mehr zehn punkte hochgelaufen und im rücklauf wenn man damit ein punkt zu macht ist ja auch okay und sagt okay ich habe es versucht ja dann ist das auch okay gut also von daher mit dem b überhaupt das ist schon richtig wie gesagt aktuell will er leider nur nicht den wie überhaupt hier haben ich weiß jetzt nicht warum da vielleicht durch mal aber da ich war mal hier auf aktiven ja du hast aber auch eine ältere version wenn ich richtig gesehen habe aber bei dir 26 08 wir sind jetzt bei 26 12 auch nicht schlechter aber früher gab es auch immer mein hinweis dass es eine neuere version gibt er kommt aber auch nicht mehr oder da musst du mit herr helger sprechen aber ich werde dir mal werde ich dir mal sagen hier halt ja dann machen wir das mal schnell stürzt ab oder stürzt du nicht ab so ja also das finde ich sollte man wie gesagt prinzipiell tun aktuell passt der bbop ganz gut ich habe es vorne aus dem augenwinkel mal gesehen dass der markt abgebreitet ist das ist auch natürlich immer auch auch wenn man jetzt in einem trend handelt ist es ja auch gut dass man sagt okay der markt läuft gegen den bbop ja und dann sollte man den diesen halt handeln ja das ist ganz klassisch der handel aus der korrektur heraus ja vorbock muss auch aktualisieren so jetzt sehen wir meine charts aus wie hund hier na toll heißt profil nicht gespeichert gut aber wir gleich wir gehen gleich auf den us markt dann und da werden uns das dann auch dann das ganze noch mal anschauen jetzt ist der bildschirm hier gerade blau bei euch weil ich jetzt gerade hier das neu installiere gut so dass wir mal live 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 s&p da unten denn da oder hoch das tag da hoch youtube und m es so somit hier doppelt gemoppelt zum neuen chart aufmachen So, jetzt hätte ich aus Versehen das zugemacht. Na gut, dann hätten wir das soweit. Alles live. Hi live, im Live-Webinar. So, wir gehen mal auf den Markt. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ich handel die ersten paar Minuten sowieso nicht. Wie gesagt, den DAX Mini Mini-DAX So, mal gucken, ist der hier mit dabei. Muss wahrscheinlich nochmal reinziehen, aber können wir später nochmal drauf gucken. Gut, also das Internet hält bis jetzt. Also, ja, sieht ganz gut aus. Gut, also wir gehen mal auf den S&P 500. Schade, jetzt sind meine Striche hier weg. Und schauen wir uns denen mal an, was da heute passieren könnte. Auch da gehe ich davon aus, dass diese Phase, wie gesagt, hier haben wir ja den Fall bereits, dass wir diese lange Kerze, diese News-Kerze ja abverkauft haben. Ja, der DAX hält sich da, wie gesagt, erstaunlich gut. Aber der ist ja so gesehen vom Allzeithoch noch ein bisschen weg. Und da gehen wir hier mal rein in den S&P 500 und holen uns hier mal den, entsprechend den Dings her, den Tageschart. Genau. Und Und dann sehen wir hier, da ist das alte Allzeithoch gewesen und Ich glaube, das sind das ist noch Mühe höher. So. Da ist das alte Allzeithoch gewesen und worauf ich heute schauen werde, ist, wenn wir jetzt den Chart hier sehen, ist halt, kann der kann der S&P über dem Hoch von gestern das Allzeithoch rausnehmen und weiter ansteigen und versuchen, diesen dort, den er auf der Oberseite gemacht hat, zu brechen. Alternativ, wir sind hoch genug, wir sind am Allzeithoch, jeder sieht das und die Markthernehmer kommen auf die Idee und sagen, okay, in dieser Hoch hinein gehe ich raus, denn wir haben hier innerhalb dieser breiten Trading Range hier einen starken Anstieg gesehen. Denn wenn ich jetzt hier das mal einzeichne für mich oder das Bild mal so zusammenschiebe, dann ist bis jetzt für mich das Ganze hier nur eine Range, also Bewegung, Korrektur, Bewegung, also hoch oder runter, so. Und genauso kann der Markt auch hier runterlaufen. Rein technisch gesehen ist das möglich. Das heißt, auf Tagesbasis wäre es so, man würde den Long oberhalb der 3576,25 wäre das Ziel, dass wir auf alle Fälle den Ausbruch aus dem alten Allzeithoch haben und diesen, ja, in Anführungsstrichen, Fee-Ausbruch, den viele auch zum Shorten nutzen wahrscheinlich, dass wir den neutralisieren. Wer vielleicht das Webinar vom letzten Mal angeschaut hat, der kann durchaus mal gucken und zwar habe ich da auf dem Fünf-Minuten-Chart genau so was gehandelt und zwar bin ich dort, wenn wir jetzt überlegen, das wäre ein Fünf-Minuten-Chart, bin ich in dem Fünf-Minuten-Chart genau, ich mache einen Pfeil hin, hier long gegangen, dort, mit dem Ziel, dass der am Ende das hoch rausnimmt und der Markt hat das hoch auch rausgenommen und ist danach runtergefallen. Also da vielleicht noch mal dieses Webinar, da noch mal dieses Webinar updaten, Webinar updaten, weil ich ja Update gelesen habe, das Webinar noch mal anschauen und dann seht ihr genau das und das kann ich mir hier durchaus auch auf Tagesbasis halt vorstellen. Am Ende, klar sind dahinter Antrakteure, die das machen müssen, wesentlich größer, aber das wäre sozusagen der Schmerz auf der Oberseite. Das ist halt einfach das, wo viele denken, Mensch, bei so einer negativen Kerze oder so einer schwachen Kerze, da muss doch auch Schwäche rankommen und gestern kamen keine Schwäche ran und falls heute keine Schwäche rankommt, dann gehe ich davon aus, dass der Markt versucht, sich hier so lange nach oben zu kämpfen, bis dann derjenige oder diejenigen aufgeben und dann sehen wir den Spike auf der Oberseite. Sollte es ganz klassisch laufen und Widerstand bleibt Widerstand und wir handeln heute vor allem auch unter dem Tageshoch von gestern dann und je länger wir unter dem Tageshoch von gestern handeln, desto mehr würde ich davon ausgehen, dass der Markt hier auch nochmal runterkommen kann und dann hier diese Bereiche, diese lokalen Hochpunkte hier testet, die kann man ein bisschen schwächer machen, die lokalen Hochpunkte und dass man dann sozusagen dort guckt, ob der Markt halt hier wirklich bereit ist, nach oben durchzugehen, ja oder nein. Gehen wir runter in Stundenchart, schauen uns das Ganze mal dort an. Wenn ihr Fragen zu was habt, dann immer rein damit, wie gesagt, dafür bin ich ja da. Jetzt will ich das hier ein bisschen zusammenschieben, weil das so weit hintergezeichnet hat. so und hier sehen wir uns jetzt nochmal ein bisschen deutlicher, wie gesagt, das alte Allzeithoch ist ja drinnen, da haben wir uns ja eingezeichnet mit der dicken Linie und darum geht es jetzt für mich. Wenn man es hier nochmal einzeichnet, also in einer Trading Range und das ist halt das, was viele immer vergessen, in einer Trading Range, wo ein Trend nach oben läuft, passiert ja nichts anderes, wie gesagt, passiert ja nichts anderes, dass lokale Tiefpunkte nacheinander alle rausgenommen werden müssen. Und das ist ja natürlich auch genau das, was es so tricky macht, weil die Leute, die hier long sind, die zeichnen dann hier ein, okay, wir haben 38% Korrektur, der Markt muss jetzt steigen, 50% Korrektur, lokal ist tief, okay, der Markt muss jetzt steigen oder sollte jetzt steigen und dann macht er das nicht und dann geht das genau in die andere Richtung. Ich meine, da kann man jetzt sagen, naja, so ein Schmann, aber am Ende haben wir das genau das gleiche ja auch hier gesehen. Der Markt läuft hier abwärts und hier war es doch genauso. Jeder hätte hier sagen können, okay, der Markt nimmt nochmal abwärts auf, so abwärts auf, dann geht er ein bisschen höher, oh, hier Widerstandsbereich, alles klar, jetzt aber abwärts und dann geht der Markt halt immer höher und immer höher und nimmt halt einen Widerstand auf der Oberseite nach dem anderen raus, bis dann sogar dieser Plopp hier kam und das ist schmerz pur. ja, das ist schmerz pur. Gut, und deswegen schaue ich jetzt hier, ist das, oder für mich ist das sozusagen die Vorbereitung ganz einfach, das hier ist das Level, die Vorbereitung für eventuell den Widerstand auf der Oberseite zu bestätigen oder halt den Ausbruch zu machen, also einmal in dem Sinne im Trend zu denken oder wie gesagt, hier zu überlegen, der Markt macht dann doch hier die Biege nach unten und dann eventuell wieder Trading Range. ja, gut, dann schauen wir uns mal das Ganze an, in der Eröffnung jetzt hier, die ersten fünf Minuten sind gelaufen, wir kommen hier ein bisschen zurück und wenn der Markt wirklich höher geht, worauf würde ich dann noch achten? Ich würde dann hier so auf diese Kerze achten, da oben, also auch als so ziemlich runde Marke, ja, also falls der Markt mal da hochkommen sollte, ist auch der Point of Control ja und wollen wir ja vorhin schon das Thema hier mit WIPOC und so weiter hatten, holen wir uns das mal rein, weil das nutze ich schon auch tagtäglich im Trading, jetzt gucken wir mal, ob es geht, so, da ist es, da kommen wir jetzt an den WIPOC ran und genauso ähnlich lief das ja heute im DAX, dass der Markt dann da angelaufen ist. Wie gesagt, Vorteil von dem WIPOC gegenüber allen anderen kleinen Durchschnitten ist, egal in welcher Zeiteinheit, der steht immer an der gleichen Stelle, das nochmal so als Hinweis an der Stelle. Gut, was, was ich, was mich halt hier ein bisschen stört, ist einfach die lange Außenkerze und hier muss ich halt überlegen, wie ich das Ganze halt handle, ja, also für mich jetzt die Frage, wenn wir hier eine Etage tiefer gehen, das Tageshoch wurde hier in der Nacht gebildet, aber hauptsächlich dann hier am Vormittag hat es der S&P ja gestern nicht höher geschafft und hier sind wir auch in so einem Bereich drin, wo ziemlich gefightet wurde, mal als Widerstand gestern Abend und heute Vormittag jetzt hat man das Wort da drüber geholt, den Markt, aber die Frage ist jetzt, wird es halt, kann das gehalten werden oder nicht und eigentlich richtig interessant wird es für mich erst, wenn wir hier diese starke Stundenkerze mal neutralisiert hätten, also das ist halt das, was mir gerade hier im Stundenchart nicht gefällt, dass diese lange Kerze und was ich jetzt überlegen muss hier ist ganz einfach, ob der Markt hier an diesen lokalen Hochpunkten jetzt Unterstützung findet, um dann halt höher zu gehen, lokale Hoch- und Tiefpunkte sind für mich immer blau, das heißt, Überlegung ist jetzt, kann ich hier mit dem VWOP zum Beispiel von diesem Punkt aus eine Long Trade machen in Richtung Tageshoch oder lassen die den fallen und wir korrigieren hier diese lange Stunde und fallen in Richtung 3544, also hier runter in diesen Bereich hier hinein, so, das ist halt das, worum es halt für mich geht, vielleicht zeichne ich das mal so, das ist hier so der Bereich, dann können wir runtergehen in den 5-Minuten-Chart, aber das haben wir ja dann woanders, genau, also das ist für mich sozusagen genau das, wo ich jetzt drauf schaue, so ein bisschen und hier sehen wir das gleiche ja auch im 1- und 5-Minuten-Chart, war das jetzt für meinen X-Frame gedacht? Gut, und dann schauen wir mal eine kleine, eine etwas größere Order hier, die aber oftmals jetzt auch im S&P durchgekauft wird, also wir sehen im Hintergrund den S&P, also den Mikro-S&P, das Orderbuch, was man hier aber anhat, ist vom großen, also vom S&P Mini, darauf, auf sowas zum Beispiel, sowas kann man sich schon mal merken, der Markt hat es durchgehandelt, kommt trotzdem nach unten, das ist schon mal interessant, das heißt also, der Limit-Verkäufer wird vielleicht auch zum Market-Verkäufer. So, wie gesagt, ihr seht schon, wie der Markt jetzt hier immer wechselt, eine Minute runter, eine Minute hoch, also das ist, auch da in den USA finden die Umschichtungsprozesse halt statt, ja, der Markt fällt, eine Aktie, die halt tief ist, jetzt damit auch fällt, wird dann kurzfristig gekauft, der Markt geht wieder hoch, dann steigen andere Aktien, steigen ja mit dem Index ja auch wieder mit und dann geht es wieder runter und so eiert der Markt halt hin und her. Bild steht, also bei mir läuft es zumindest, oder? Alles gut. Alles gut. Gut, also vor allem, ganz wichtig, wenn ihr davor sitzt und ihr habt jetzt kein Korrektiv neben euch sitzen, redet mit euch laut, sagt, ist das ein Bereich, mit dem ich gut handeln kann, ja oder nein und lasst euch von diesem Markt, von dem hin und her auf alle Fälle nicht anfixen, nicht reinziehen, nicht zu Aktivitäten verleiten, wo man eigentlich nicht handeln sollte. Ich habe das der Tage gemerkt, ich habe mich auch da verleiten lassen vom Markt und dann rödel ich den ganzen Tag, um dann am Ende des Tages irgendwie hier mit ein paar Euro im Plus dann auszusteigen, ja, das ist halt dann schon nervig und deswegen, die Phase jetzt ist so, dass es kein, dass die Tendenz wirklich schlecht auszumachen sind, dass der Markt stetig die Richtung wechselt, ja, hier im Sekunden- oder Minutentakt und das führt dazu, dass man da sich auch vom Markt anfixen lassen kann und dann plötzlich, wenn dann doch die entscheidende Bewegung kommt, hat man so viel Energie schon verbraucht mit dem Handel davor, dass man dann sagt, oh, ich kann gar nicht mehr jetzt die echte Bewegung handeln, ja. Lasst das an euch vorbeiziehen, diese Situation und unsere Aufgabe doch als Trader ist es doch nicht, zu überlegen, wo, also nicht jede Bewegung versuchen zu traden, zu wollen, sondern wir müssen auch immer überlegen, was ist mein Risiko in dem Markt und wo habe ich meine Chance und kann ich, also sieht das genauso aus, wie ich das kenne, wie ich das brauche, wie ich das haben möchte, egal nach was ihr handelt, ja, von mir aus nach Pivots, nach Fibos, nach Volume Profile, nach weiß der Geier, nach reiner Charttechnik, nach Abprallern, Elliot Wellen, was auch immer ihr kennt, das spielt dabei keine Rolle. Die Frage ist immer halt, kann ich in der aktionellen Phase sagen, okay, da funktioniert das, ja oder nein und dann kann man dann auch überlegen, ob man hier entsprechend handeln kann. wenn man in einem gewissen Scalp Trading Modus ist, dann kommt man hier durchaus auch gut hin, dass man sagt, okay, ich scalpe wirklich rein, setze meinen TP auf 5 Ticks und nehme mir halt hier immer ein paar Punkte mit und muss halt versuchen, vorher raus zu sein, bevor dann die Bewegung losgeht. Dann, wie gesagt, für mich ist das so, ich bin null aufmerksam, also ich wäre jetzt null aufmerksam auf den Chart, weil ich da nichts sehe und ich das nicht voraussehen kann, wohin der nächste Klick kommt. Von daher bin ich völlig relaxed und ich weiß, dass ich auch die erste Bewegung verpassen werde und verpassen muss, weil, jetzt ist ja aktuell so, wir nehmen mal ein Beispiel her, wir würden jetzt sagen, okay, das ist eine Unterstützung, weil wir hier rechts im Stundenchart gucken, ich kaufe jetzt long. Okay, jetzt kann es ja sein, der Markt geht halt eine Minute hoch, nächste Minute runter, dann habe ich ein Problem. Wenn der Markt, in der Sekunde, wo ich klicke und da jemand drückt den Verkaufsknopf, habe ich einfach ein Problem. Ich habe hier unten einen Stop und ich weiß genau, bei dieser geringen Wohler kann es den Stop auch holen und danach kann es auch wieder hochgehen. Deswegen, was ich auch weiß ist, es wird irgendjemand mal aufs Knöpfchen drücken und der Markt steigt so stark nach oben. Das habe ich auch verpasst, weil das passiert in der Sekunde, wo derjenige den Alkohol losschickt, um die Position so durchzurudeln. Und wenn das so durchgenudelt ist, dann ist halt die Frage, kommt danach der Rücksetzer und die zweite Welle oder kann ich mich dagegen vielleicht positionieren? Das heißt, mein Augenmerk aktuell ist immer gegen die Bewegung, so wie hier. Der Markt fällt eine Minute, wenn ich jetzt denke, er fällt noch eine zweite Minute, ich gehe hier short, weil ich denke, jetzt passiert es, große Bewegung und ihr seht, man kommt eventuell plus minus null raus, aber man hat erstmal trotzdem einen schlechten Entry, spätestens, wenn der Markt da oben ist. Nur als Beispiel. Wohin der jetzt läuft, habe ich keine Ahnung. So, jetzt kommt die erste Bewegung, wird sicherlich jetzt darum gehen, zu versuchen, hier diesen Einstieg zu neutralisieren und wir hätten hier auf der rechten Seite, seht ihr das ja, den Abpraller am VWOP plus dem lokalen Hoch, die 3559 und wenn das hier läuft, dann kann es ja vielleicht was werden mit der 3566. Und dann müssen wir uns halt überlegen, läuft es denn hoch an die da oben dran. So, die lokalen Tiefs haben hier auch ja ganz gut gehalten jetzt hier, also hier unten das. Liefer hat ja gut gehalten. Also hier muss man dann schon drauf setzen, okay, da habe ich Bock drauf, das heilt. Also rein trade-technisch macht es oftmals Sinn, immer dagegen, also jetzt in der jetzigen Phase, aber wichtig, nur jetzt in der Phase, wie wir sie jetzt gerade haben, die letzten ein, zwei Tage, macht es oft Sinn, immer dagegen zu gucken. Oder typischerweise dagegen zu gucken. Also nicht zu gucken, der Markt fällt und fällt, sondern zu gucken, der Markt fällt und finde ich hier einen Long-Einstieg. Genau das Gleiche hier. Der Markt steigt, steigt ans Hoch, nicht steigt weiter, sondern dagegen. Der Markt fällt durch einen Tief, fällt nicht weiter, sondern dagegen gucken. Dagegen gucken hilft in der Phase oft sehr viel. Ja. So, genau. Also ich glaube, der Long könnte ganz gut aufgehen und zumindestens mal die Stops derer, die bei der 66, 75 drin sind, rausholen. Also das glaube ich schon, das ist eigentlich jetzt, würde ich mal fast sagen, gemacht. Ihr seht rechts den NASDAQ, der macht hier ordentlich Powerplay auf der Oberseite und hat hier den Ausbruch schon geschafft auf neuen Tageshochs und zieht natürlich auch in einer gewissen Art und Weise den S&P mit, weil die Texte ja auch schwer gewichtet sind. worauf ich mich jetzt einzig und allein fokussiere, das ist halt dieses Vorausdenken, ich würde hier oben natürlich, wenn ich das sage, was würde ich hier oben eher nicht machen? Ich würde jetzt hier oben dann kein Long eröffnen. Also entweder bin ich Long bis zur 66, 75 oder ich suche hier oben dann in dem Bereich mir mal die Short Trades, weil dagegen gucken. Ich weiß, es ist extrem schwer zu sagen, ich gehe da oben mal Short oder ich gucke nach dem Short, aber das ist in den meisten Fällen die richtige Variante, auch wenn es jetzt hier nach oben geht und das muss man trainieren. Ihr müsst das wirklich trainieren, weil wie oft tut euch der Markt auf der verkehrten Seite erwischen und viele begreifen nicht oder machen auch den Aufriss nicht, das zu lernen, zu trainieren, seinem Reizreaktionsschema nachzugeben. Also nicht, der Dirk Hülker kann das ja auch ganz gut, also einfach, wenn der Markt steigt, dagegen gucken oder zu sagen, okay, der Markt, ich kenne die Phase, warum auch immer, ich muss mich dagegen wehren, dass ich da oben Long gucke. So, schade, hätte ja noch ein paar Müs höher laufen können, dann wäre es sicherlich nochmal ein bisschen besser, aber das Thema dagegen gucken hilft in so einer Marktphase auf alle Fälle mehr als versuchen mitzugehen. So, jetzt kommt er denn doch schon schneller von da oben runter, schade, ich hätte gerne, also mein, was ich am liebsten gesehen hätte, wäre hier oben raus und dann den hier zu machen, das hätte ich jetzt lieber gesehen, also sowas hier, ja, oben raus, runter, dran und dann so weg. Das ist eigentlich da, da auf sowas gucke ich gerne, oder hier so ein Hoch rausnehmen und dann irgendwie weg. Aber davor zu drehen ist halt auch immer schwierig, weil wenn nämlich das noch kommt, was ich hier eingezeichnet habe, dann muss ich halt auch überlegen, wo setze ich meinen Stopp und dann muss ich den Stopp hier irgendwo erstmal im Nirvana hinlegen und dann gucken, was danach passiert, wenn das ausgebrochen ist. Ja, und das ist nicht schön. Gut, aber man sieht, da ist keine Meinung drin, seit 15 Minuten eiern wir hier hin und her und ja, da kann man jetzt gewisse Tools bemühen, aber auch da wird man jetzt nichts sehen, also auch im Orderflow und so weiter. Es ist halt einfach dieser Umschichtungsprozess, ja, ich habe jetzt hier, den Ninja Trader habe ich ja selber auch immer mit offen, habe da hier den Footprint Chart und ja, aber da sieht man jetzt auch nichts, es geht halt hoch, hin und her so und wie gesagt, bei solchen Märkten dagegen gucken ist zu empfehlen, das ist das, was man aus dem Webinar auf alle Fälle mitnehmen kann und man muss das Gehirn auch mal dafür, da wirklich dafür trainieren, weil, ähm, ihr könnt ja, ihr könnt, ja überlegen, jede Kerze, jede Ein-Minuten-Kerze, die ein Docht oder eine Lunde hat, ist ja so gesehen eine Fehlspegulation, ja, also, wir zeichnen es mal, die Kerze, die hier rot, äh, äh, schwarz ist, ne, das ist ja schon mal, ähm, warte, jetzt müssen wir mal gucken, wie der Markt sich jetzt hier verhält, hier oben, ob wir hier oben diese, den Short eingehen, wie spät haben wir es, 48, kommen wir eigentlich nicht, so, also jetzt nehmen wir hier das Hoch raus, dann soll man mal gucken, ob wir hier in den Short, direkt, also aggressiver Short wäre jetzt die erste Kontrakt schon drinne, beim aggressiven Short, wenn man jetzt sagt, okay, ich handel, keine Ahnung, mit 5 Mikro-Kontrakten, wäre jetzt der erste schon drinne, aber da muss man, da muss man halt bereit sein, wirklich zu sagen, ich klicke das Ding an der 66, 75, ja, aber da bin ich halt auch nicht, also da muss ich wirklich in so einem Motus sein, dass ich sage, ey, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich so, also ich klicke das jetzt auch nicht einfach so, nur weil der Markt da hochläuft, ja, ja, man sieht, man wäre vielleicht 30 Sekunden drin und jetzt wären wir schon wieder bei 0, ja, bei der Rola, ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, aber wir lassen jetzt mal hier die Situation kurz laufen, also wie gesagt, ich fokussiere eher auf Short, die Frage wäre jetzt, wann würde ich auf Long fokussieren, wenn die 5 Minuten Kerze wirklich außerhalb, da drüber schließt und die nachfolgende 5 Minuten Kerze, sozusagen im besten Falle oberhalb der 75 bleibt, dann würde ich erst auf Long drehen, Short wäre sogar, wenn der Markt jetzt mit der nächsten 5 Minuten Kerze oben raus geht und dann wieder runter geht, wäre es auch immer noch Short, also vielleicht für die, die dahinter jetzt den 5 Minuten Chart nicht sehen, ich mache mal hier den 5 Minuten Chart only an, damit man das sieht, ja, so jetzt ist der 5 Minuten Chart gleich fertig und jetzt gucken wir mal, ob der in der ersten Minute manchmal, spiked der nochmal hoch, nimmt das hoch raus und fällt dann, bis jetzt ist er jetzt direkt gefallen, aber das ist alles, wie viele Punkte sind denn das hier, ja, zwei Punkte sind, was sind das, 10 Dollar, bei einem, 10 Dollar bei einem Kontrakt, das ist jetzt auch nicht so viel, so und die Kosten, wie gesagt, die Kosten darf man da auch nicht unterschätzen, aber zumindestens jetzt mal ganz leicht, der Fokus auf der Short Seite als Abpraller ist immer, okay, jetzt gucken wir mal, wenn der das hoch raus nimmt, was passiert danach, so die 30 Minuten Kerze, die hat es auch hier ganz gut umgedreht, also vielleicht gelingt es ja auch dem S&P, dieser Außenkerze, die höchste Außenkerze hier, da drüber zu kommen, dann wird es natürlich gut für Long, ansonsten gehe ich davon aus, dass hier wir von da oben eher den Short sehen, also das, aber wie gesagt, ich drehe meine Meinung auch wie die Fahnen im Wind, also mir ist am Ende, muss ich immer nur überlegen, an der Stelle, wie verhalte ich mich, gut, ich habe da hoch jetzt nicht nochmal ausgenommen, also es sind auf alle Fälle Bereiche da, die ich klicken kann, aber ich weiß genau, im Webinar bin ich zu langsam und ich muss jetzt hier, ich müsste ein Trading anwenden, sage ich jetzt mal so quick and dirty, also zu überlegen, mit ein paar Punkten, ein Tick, zwei, fünf, vier Ticks rein, raus, rein, raus und am Ende, wenn der Move nämlich nicht entsteht, produziere ich damit nur Kosten und für, also viel Aufwand, für vielleicht am Ende dann 30 Euro und da bin ich auch im Webinar viel zu langsam, ja, ich habe das der Tage auch schon gehandelt, wo der Markt hin und her gegangen ist und ja, da muss man halt echt Lust drauf haben, dass man es mal haben, also prinzipiell ist es so, wir haben das hoch angelaufen, Widerstand bestätigt, der Short-Focus ist prinzipiell okay, hier unten natürlich kommt der Long-Focus, eine Seite wird irgendwann rasiert werden und dann gibt es vielleicht mal ein bisschen Bewegung, aber auch da, dagegen zu gucken, ist erst mal legitim, jetzt, ja, der Markt hier drinnen, drumherum, so acht Minuten noch, für die halbe Stunde, also bis um, wie gesagt, wer den Abpraller jetzt ausschließlich hier vom V-Bop gehandelt hat, ja, wie gesagt, bis zu sieben Punkte, also 35 Dollar, möglich, bei einem Mikro, ja, bei einem vollen Kontrakt im ES-Mini sind es 350 Dollar, also irgendwo zwischen 50 bis 350, alles möglich pro Kontrakt, ja, sag ich jetzt mal, so, also ich rede jetzt nur vom Skype-Trading, ja, also jetzt nicht, dass ich jetzt einsteige und jetzt irgendwie einen halben Tag halte, ja, das ist nicht mein Trading-Stil, gut, ja, also dieses Thema der Akteure, der Strukturen kennenzulernen, ist auch unter, unter Umständen, oder nicht unter Umständen, ist auch Bestandteil, muss ich mal kurz darauf hinweisen, Bestandteil auch, ähm, das Grundkurs Skype-Trading, und an der Stelle haben wir hier ein ganz tolles Angebot für euch, im Zuge der World of Trading, seht ihr ja, hier gibt es das WOT-Special für 699 Euro, aber wenn ihr auf Partner FX Flat geht, dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mal krachen, ich haue den Kurs für 50% Rabatt aus für alle Neukunden, und wie gesagt, alle Bestandskunden können den dann für 699 erwerben, genau, gilt bis zum Zeitraum nächste Woche Freitag, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr da, zumindest im Antragsprozess seid, den gesamten Grundkurs ja, für die Hälfte des Preises zu bekommen, und in dem Grundkurs ist es auch so, der gesamte Inhalt von dem Grundkurs ist hier aufgelistet, und da steht auch entsprechend, ich werde dann nochmal ein Video machen zu dem Kurs, und hier ist genau dieses Thema Aufbau des Marktes, der Akteure, dann wie Orders aussehen, wie keine aussehen, ja, wenn der KfH, also dieser Kurzfristhandel, das sollte ich mal hier noch ausschreiben, ja, wenn der Kurzfristhandel da handelt, dann sieht das nämlich genauso aus, wie jetzt gerade, welches Setup sich daraus ergeben, ja, also da ist wirklich viel drin, und das Ganze dann auch nochmal mit Live Trading, äh, entsprechend hier, hinterlegt, genau, also wer da Interesse hat, ich kopiere euch mal den Link hier rein, ne, da bin ich ja angemeldet, das sind ja auch nicht vergessen, so, dann kopiere ich euch das mal rein, dann hebt er das, so, jetzt geht es hier gerade runter, wie gesagt, das ist ja schon, ist not easy der Markt, so, also oben getestet, unten ein bisschen runter, ich möchte eigentlich nochmal darauf hinweisen, was auch jetzt hier im 5-Minuten-Chart ist, man darf nicht vergessen, dass jeder Docht und jede Lunde am Ende immer bedeutet, oder wenn man das mal gleichsetzt, als Fehlspekulation, weil, ich kann das im 1-Minuten-Chart zeichnen, genauso wie im 5-Minuten-Chart, und zwar, ich halte mal ganz kurz das an, ihr müsst ja sehen, dass wenn die Kerze hier entsteht, die weiße zum Beispiel hier, dann ist ja der Markt da oben so weiß, die Kerze ist ja dann schön weiß, ja, und sieht ja total bullisch aus, am Ende der 5-Minuten-Kerze sehen wir, okay, der Markt ist komplett wieder zurückgelaufen, und so kann es halt passieren, dass jetzt eine neue Kerze, die jetzt gerade hier runter geht, das heißt, wir sehen, eine Kerze, die ist so lang, so, hier machen wir es jetzt mal schwarz, so, wir sehen hier gleich eine Kerze, die ist vielleicht so, geht bis da runter, man denkt sich, oh, jetzt geht es, also Gedanke, wäre dann, jetzt geht es durch, und was ist, wenn die Kerze aber am Ende, der 5-Minuten-Kerze so ausschaut, bis sie, halt, muss man hier wegmachen, so, nämlich so ausschaut, der Markt geht hier hoch, wieder, von da hin, der Kerzenkörper wechselt auf weiß, halt, muss ich auch weiß machen, so, auf weiß, ne, und dann sieht die Kerze so aus, das heißt, wenn man jetzt genau sieht, die Kerze war, die ersten 2 Minuten ist er gefallen, rein und rot, oder schwarz in dem Fall, man denkt sich, oh, jetzt Reizreaktionsschema, ich hau mal hier ein Short rein, zack, hier den Short, weil ich den Ausbruch traden will, und am Ende der 5-Minuten-Kerze, ja, das sieht man, okay, ich bin hier unten Short gegangen, ich stelle hier oben aus Panik, weil ich jetzt denke, ja, lasst mal jetzt nur die, die Folgekerze so loslaufen, die Folgekerze, die läuft jetzt so los, so hoch, die ersten 3 Minuten, läuft die so hoch, da kriegt man Panik, denkt sich, ach du Scheiße, was ist, wenn der jetzt oben raus schnippt, ja, weil der Markt, weil wir als Menschen immer nur in die Richtung denken, meistens denken, weil, wenn man es nicht gelernt hat, wir denken nur, so, ich übertreibe, und an der Stelle, was macht man panikmäßig, genau das gleiche, was man auf der Unterseite gemacht hat, man schnell, stellt jetzt schnell diesen Trade raus, und haut hier, Long ist der Exit, der Short Position, und geht hier mit einem Verlust raus, wie sieht die Kerze am Ende der 5 Minuten Kerze aus, halt, muss man das mal, so, am besten Falle sieht sie so aus noch, so, und dann hier schwarz, so, ne, so, was habt ihr, ihr habt dann, wenn das die beiden echten Kerzen sind, ich markiere mal jetzt die beiden echten Kerzen, die fertigen 5 Minuten Kerzen, wenn das die beiden 5 Minuten Kerzen fertig sind, die, und die, ja, und das dazwischen waren die, die währenddessen, während des Verlaufs, dann ist es doch so, dass ihr an dieser Stelle, ähm, sozusagen, einmal, unten Short wart, und hier oben, den Long kriegt ihr hier schön auf die Mütze, und habt eigentlich am Tief Short, und am Hoch Long geklickt, und hättet es eigentlich genau umgedreht machen müssen, ne, und das ist halt eine reine Übungssache, ja, sich hinzusetzen, und seinem, seinem inneren Schweinehund da anzutrainieren, in so einer Phase, guck mal, ob du dagegen handeln kannst, ja, oder zumindestens, man muss ja nicht mal handeln, oh, jetzt sind wir hier, den Ausbruch auf der Unterseite, man muss ja nicht mal handeln, sondern man kann ja auch sagen, äh, ich mach da einfach hier, äh, mach ich mir halt hier einen Punkt rein, also, ich setze mir hier, mach, äh, speichere da hier auch irgendwelche Punkte ab, und sage, das würde ich jetzt hier Long oder Short klicken, und, ja, mach das noch mit einer entsprechenden Farbe, hinterlegt man das Ganze, ja, und sagt sich, ja, hier klicke ich jetzt Long, ja, oder da oben klicke ich Short, und so weiter, ne, und dann kann man sich das hier kopieren, und kann ja einfach mal gucken, und das ein bisschen trainieren, und dann überlegen, was danach passiert, gut, okay, also, wir sehen jetzt hier den, zur neuen Stunde, haben wir schon neue Stunde, ne, den Breakout auf der Unterseite, und, ja, der ist auf alle Fälle mit ein bisschen Volumen gemacht, wir gucken mal, wenn der Markt jetzt hier hochkommt, Richtung 58, ob das wirklich ein Fehlausbruch war, oder nicht, wie gesagt, normalerweise ist der logisch, und es wäre aber genauso logisch, wenn wir uns oberhalb der 58 wieder zurückkämpfen, und das Ganze wieder neutralisieren, wenn hier keine echte Order im Markt drin ist, dann war das hier einfach nur, das Rasieren derer, die hier den Long gehalten haben, also, am Ende, ja, wie könnte sowas aussehen, guckt mal hier, ja, die lange, also hier auch paar lange Kerzen, ja, so, und schlussendlich ging es von dort aus dann eher nach oben, und das ist genau das Gleiche, ja, der Markt nimmt hier gewisse Lows raus, und das kann hier genauso auch dann seitwärts laufen, oder direkt, und dann läuft das hier hoch, und da oben liegt dann der Schmerz, ja, muss nicht so sein, aber eine der Möglichkeiten, gut, jetzt haben wir es gleich um, wir gucken mal, was da mit der neuen Stunde hier passiert, und, ja, bis jetzt kein Trade, also zumindestens, rein gedanklich, auch wie gesagt, viel hätte, hätte, aber hier oben, da short zu gucken, war zumindestens mal der richtige View, und das, wie gesagt, wenn ihr den Switch halt, hinbekommen habt, da oben short zu gucken, dann ist schon mal okay, so, jetzt gucken wir mal, wie weit sie das hochziehen, und wenn wir jetzt nicht mehr, über die 59, oder über die 60 kommen, dann würde ich davon sagen, okay, dann hätten wir wirklich einen Verkäufermarkt, ansonsten, wie gesagt, war das nur einmal eine Rasur, und nach der Rasur, wie gesagt, geht es dann in die andere Richtung, so, jetzt schauen wir mal, ob hier der Wechsel stattfindet, also der Fokus jetzt aktuell ist, leicht short, ja, also klassisch wäre so, und nicht klassisch ist halt, der Markt kommt hier zurück, hält das, und macht den da oben, klar, ja, dafür hat er ja dann ein bisschen Zeit, gut, gab es noch ein paar Fragen? Warum setzt du kein LPO bei der 356, wenn man dort short denkt? Ja, ähm, also, ich bin, ähm, kein, wie soll ich sagen, also, mit der LPO-Order, klar kann man das halt machen, komischerweise, also im Future schalte ich die LPO aus, weil ich in dem Future halt Punktgenauheit handeln möchte, möchte, im CFD ist es irgendwie anders, ja, da sage ich mir, okay, wenn er halt da ein bisschen durchsticht, dann mache ich das, dann würde ich aber auch die LPO irgendwie da ein Stück davor setzen, ja, und, aber prinzipiell, klar, wenn man sagt, okay, man, man, man legt da eine LPO rein, man muss natürlich dann im Future, weil da auch sich der Spread halt ja immer mal auch ausweitet, da ein bisschen einen anderen Wert einstellen, und dann kann man da oben den, den, den Short halt machen. Warum ich prinzipiell vorher keine Limit-Order, also, man kann natürlich die LPO halt immer setzen, wenn der Abstand auch, äh, entsprechend groß ist, ähm, um dann zumindestens, wenn der Markt halt schnell durchgeht, dass man sagt, okay, dann, dann, dann lösche ich halt die Order noch, ne, das wäre halt dann sozusagen die Möglichkeit, also, dann mache ich halt so, ich würde dann gucken, die LPO wird getriggert, und als Beispiel, wir würden jetzt hier, ähm, so ein, so eine Spike-Kerze in der Sekunde sehen, so ein, so ein Plopp hier, so, ja, dann könnte ich ja schnell mit dem X die Position, ähm, canceln, und wäre dann, ähm, raus, ohne, wenn ich sage, nee, das ist mir zu stark. Aber prinzipiell, ja, also, wer das machen möchte, kann das tun, ne, das ist auf alle Fälle legitim. Oder ist ja auch richtig so, ja, ich, ich händle es halt lieber, also, ich, ich, ich möchte es händisch haben, und würde dann halt hier, äh, selber klicken, aber, man hat jetzt auch da den Nachteil gesehen, wenn das so kurz geht, also, der Markt tippt das an und läuft direkt wieder weg, was jetzt aktuell der Fall ist, dann, äh, kommt man nicht umhin, eigentlich Limit zu legen, ja, und auch die Leute, die ich kenne, die im institutionellen Handel handeln, da ist es so, die haben die Limits von vornherein drin liegen. Ich selber, ähm, möchte es halt selber bestimmen. Also, es ist halt eigentlich schon, ja, vielleicht auch eine, eine, für mich eine, eine Glaubensfrage oder so. Ich will es halt, ähm, ich sage, okay, das ist bestätigt und klicke lieber später, als da, ähm, das mir abnehmen zu lassen. Hat sich über die Jahre so ergeben. Ja. Ja. Da war gerade noch eine Frage zum Grundkurs. Der Grundkurs ist, ähm, ein Videomitschnitt, vielleicht sollte man das auch mal hinschreiben, ein Videomitschnitt aus dem Jahr, diesen Jahres März. Ähm, kam jetzt bei etlichen, die das jetzt danach schon gebucht haben, sehr gut an, weil ich auch immer einen Rückblick mache und Fragen der Teilnehmer beantworte, die da entstanden sind und, äh, durchaus dann genau die Fragen auch treffe, die, die einen selber dann gekommen sind und das ist ein Mitschnitt und wir haben den Mitschnitt dann in Kapitel unterteilt, die man dann im Video sieht und die man sich dann anklicken kann durch die Kapitel, also richtig detailliert. Äh, ich habe es vorhin, ja, das Video hier, das, ich mache noch ein Video dazu, wie das dann im, im Grundkurs da drin ausschaut. Gut, also, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, wir haben hier den Pullback gesehen an die 58 knapp ran, also, einen Tick davor abgedreht, mal gucken, wie weit der Markt jetzt hier fallen kann, hier unten schon die erste Stabilisierungstendenzen, ja, das ist mir alles, ich fühle schon, also, normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, unter dieser Bedingung, dass der Markt hier, ähm, also, normalerweise gehe ich jetzt davon aus, dass wir hier nochmal einen Dip auf der Unterseite sehen, bevor es eventuell wieder hoch geht. das wäre, zumindest würde es mich jetzt so freuen. Okay, jetzt gucken wir mal, vielleicht, wenn der Markt hier hoch geht, ob wir da nochmal einen Trade machen können. aber ich will in der Zone drinnen sein. So, erste Minute, der neuen Fünf-Minuten-Kerze, also mit Limits, wir haben heute auf alle Fälle, ähm, echt, äh, bei dem einen oder anderen Trade, echt ganz gut dabei gewesen. Ähm, da auch ein bisschen abgeknickt. Der Dow hat es eigentlich hier ganz gut gemacht, weil der Dow, ist das hier der Stundenchart, der hat hier diese eine lange Stunde da, ähm, die Außenkerze da erwischt. So, eigentlich für einen Short-Trade möchte ich viel höher Short kommen. Ich möchte eigentlich, wenn dann über dem Hoch der Fünf-Minuten-Kerze, ich möchte eigentlich nicht hier Short gehen, an der 55. möchte ich da irgendwo da oben. Aber ganz gut gemacht, ja. Also von da oben weg, unten dann, äh, das rausgenommen. zum Ende der Stunde. Und jetzt mal gucken, wie gesagt, wenn der Markt jetzt da hoch, äh, läuft und dann zurückkommt, dann würde ich durchaus mal gucken, ob ich den Short dann klicke nochmal, mit der neuen Stunde. so. Aber die Volumina sind schon echt, ja, also. Also. Ups, tata und tralala. Ups, tata und tralala. Ups, tata und tralala. So, S&P macht, äh, Nesdaq macht hier wieder Attacke. Auf der Oberseite. Gut, also, wir haben sie jetzt auch kurz nach 16 Uhr schon. Also sagen wir es mal so, ich würde hier durchaus nach Short-Gelegenheiten schauen. Erst oberhalb der 60 würde ich davon ausgehen, dass man versucht, diese lange Ein-Minuten-Kerze zu neutralisieren. und wenn das gelingen sollte auf der Oberseite, dass man diese lange Ein-Minuten-Kerze hier neutralisiert hat, dann wäre sogar der Schmerz auf der Oberseite, dass man sogar die 67 rausnimmt. Solange der Markt hier drunter handelt und nicht da zurückkommt und immer auch wieder über dem Hoch der Fünf-Minuten-Kerze-Attacke auf der Unterseite zeigt, kann man durchaus überlegen, ob man diese Hochs im Sinne dessen, dass der Markt halt verkauft, durchaus nimmt. Ja. Wie gesagt, irgendwie jetzt, ich bin so hin- und hergerissen, manchmal ist es so, ich habe so unterschwellig das Gefühl, dass ich mich in eine Situation reinrede, die ich unbedingt handeln möchte, die dann aber gar nicht da ist, weil ich so viel darüber geredet habe. Das ist so wie einer, der bei Wer wird Millionär sozusagen eine Frage schon ewig viel darüber erzählt hat und sagt, jetzt frage ich das Publikum und dann sind die alle schon so massiv beeinflusst von dem, was er bis jetzt gesagt hat und tippen dann halt vielleicht verkehrt. So. Und das passiert mir auch manchmal, so dieses Gefühl, zumindest habe ich gerade. Also rein technisch gesehen, wie gesagt, bin ich leicht short über dem Hoch vor allem der Fünf-Minuten-Kerze und wir gehen hier nochmal auf den Fünf-Minuten-Shot-Only, damit man es dahinter mal ein bisschen sieht. Also wir haben hier kurz das Hoch hier angerissen und auch wenn wir jetzt mit der neuen Fünf-Minuten da drüber gehen und dann abtauchen, dann wäre das alles eher die Short-Seite. Und Ziel wäre halt, dass wir dann das Tief nochmal rausnehmen, in Richtung des Tiefs dann die Trades beenden und wenn es gut läuft, tickt der noch ein Stück tiefer und holt sich dann hier unten diese Preisbereiche dann wieder. Und hier unten wird es dann richtig interessant. Das heißt, hier unten würde ich dann gucken, in diesen Unterstützungsbereich. Also wenn man das Glück hat, dass man so eine Minute erwischt, wo der Markt halt durchsmasht, würde ich gucken, dass man einen Teil zumindest vielleicht hier bis in den Bereich 45 reinkriegt, weil hier unten erwarte ich auf alle Fälle Stops. Das heißt, da würde ich dann, also wenn der Markt da reinfällt, würde ich auch den Exit unterhalb der 43 suchen dann, sofern das kommt. Da ich aber selber noch weiß, dass ich viel Arbeit vor mir habe, weil ich für die WUT noch vieles vorbereiten muss, würde ich mich sozusagen jetzt aus dem Webinar rausklingen. Also das ist jetzt, wie gesagt, ganz gut. Also am Ende muss ich sagen, ich habe am Ende heute nicht geklickt, viel hätte, hätte. Aber ich hoffe, dass der ein oder andere Blick auf den Markt oder das Verständnis dafür, was auch dort und unten dafür bedeuten, ja, also, dass man da vielleicht das Ganze hat. Und wie gesagt, ansonsten, dieses Thema, alles, was ich hier erzählt habe, zumindest dieses Marktverständnis zu erlangen, hätte aber noch wenigstens das tief rausnehmen können, der Hund. Wäre dafür gedacht, kann der Grundkurs, vor allem im Skype Trading, für die, die im Skype Trading auch nach vorne kommen wollen, kann das ein sehr, sehr guter Einstieg sein, weil ich in diesem Kurs auch das ganze Management auf dieses Hin und Her auch abgestimmt dann vorstelle, wie man mit Positionsmanagement da handeln kann und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das bis zum nächste Woche Freitag zu dem unschlaggünstigen Preis, also 50% Nachlass, da könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr das denn halt nehmt oder nicht. Gut, also heute gar kein Trade gemacht, wie gesagt, ein paar Chancen gab es, nicht genutzt, aber ich hoffe, ihr habt dann auch was gelernt und am Ende, ob ich jetzt hier einen Live Trade mache oder nicht, denke ich mal, ist jetzt vielleicht nicht auch so monsterwichtig und ich hoffe aber, ihr habt was gelernt, konntet was mitnehmen aus dem Webinar und ich konnte euch zumindest ein bisschen so eine Denkweise zeigen, wie man in diesem Markt mit diesem Hin und Her vielleicht auch ein bisschen besser vorankommt. In dem Sinne, würde ich jetzt nochmal zum letzten, zum Schlusswort, rüber zum Nelson geben und eine Frage möchte ich nochmal beantworten, warum handelst du den S&P, ist der DAO nicht einfacher? Der DAO ist belegt, da steht, hinter dem DAO steht Dirk Hülker und der handelt ja den DAO und im Future Trading ist es so, da handele ich dann doch lieber den S&P, der ist mir dann einfach sauberer, ich sage mal so, ich habe viele Jahre den DAO gehandelt und, aber das überlasse ich, wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung hier bei FXFET reinbringen und dann nehme ich hier den S&P, ist mir dann lieber. Der DAO ist schon vergeben. Der DAO ist schon, genau, war leider schon vergeben und von daher nehme ich den S&P. Gut, also wie gesagt, wichtig für mich einfach, dass ihr A, die Denkweise dort lernt, was ihr mitnehmen solltet, nochmal ganz zum Schluss als Fazit, dann auch, wie schnell der Markt sich halt von A auf B drehen kann und auch vor allem, dass man halt ja auch sieht, dass es trotzdem, obwohl es ein Katastrophenmarkt ist, durchaus Ansätze oder Punkte gibt, an denen das Risiko sogar gering ist und die Chance auf unserer Seite ist, aber dafür muss man die Denkweise halt umkrempeln können und in der Phase ist das nur umso wichtiger. Genau, das ist mein Anliegen und hoffe, dass das ein bisschen aufgenommen wurde und wünsche euch, wie gesagt, da beim Trainieren auch der neuen Denkweise viel Erfolg und ja, falls ihr Lust habt, schaltet halt am Freitag ein oder die zwei Tage bei der BOT, gibt es tolle Vorträge über viele Themenbereiche, wie gesagt, ich bin auch da und ja, an der Stelle zurück zum Nelson jetzt aber endlich und bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Super, vielen, vielen Dank Heiko, wie immer sehr filmativ, hat Spaß gemacht und Gott sei Dank hat auch deine Internetleitung gehalten, sehr schön und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer und auch für das aktive Fragen hier in den Chat reinstellen und wünsche natürlich noch viel Erfolg heute beim Trading, passen Sie auf Ihre Position auf, Heiko hat es schon angedeutet beziehungsweise auch gesagt, ab morgen zwei Tage VOT und da sind wir natürlich auch unter anderem mit Heiko vertreten, würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie da vorbeischauen, ansonsten dann gerne bis zum nächsten Webinar, alles Gute und viel Erfolg, Tschüss zusammen.